hallo zusammen ich habe hier einen kühlschrank wemo 76f mit einbaurahmen gibt es option und dieser kühlschrank der hat kein eisfach also ich kann ja kein eisfach der normale der n 76n der hat ein eisfach mache ich euch sicher einen link und hier habe ich den vorteil ich habe mehr platz im kühlschrank das ist eigentlich und der kompressor bei diesem kühlschrank der sitzt hier oben drauf mit 1,5 meter leitung das ist jetzt hier so aufgewickelt weil hier sollte der kühlschrank hier gibt es dann so zwei gitter das sind also so fingerschutzgitter nicht spezielles die haben wir bei uns im lager shop hier oben gibt es zwei solcher dann zieht es die luft hier an und bläst dann hier wieder raus man könnte das aggregat auch unten hinsetzen oder auf die seite nebenrad der einbauerahmen der ist jetzt hier türbündig der ist jetzt noch lose also noch nicht angeschraubt hier sind die löcher vorbereitet auch hier oben sind die löcher vorbereitet den kühlschrank hier und mit der lüfterstellung das ist die hier unten geht der kühlschrank bleibt dann stück offen und fängt nicht an zu stinken wenn man ihn nicht braucht braucht den einbauerahmen nicht wenn links und rechts zwei bretter sind kann man den ohne problem so einbauen ihr braucht den einbauerahmen nicht unbedingt weil die meisten verkaufen wir ohne einbauerahmen dann einfach brett links rechts und zwischen diese bretter einschrauben man kann hier ins gehäuse ein bohren und an die wand hin spannen hier oben kann was kühler gerade auch direkt drauf schrauben und somit ist das eine einheit ich kann das kühler gerade in die höhe bauen wo ich sowieso nicht unbedingt dazu kommen und so ist das mehr volumen beim gleichen platz wie ein standard 60 liter kühlschrank ich mache euch hier ein video vom standard n also der normale kühlschrank die gleiche grösse die gleichen optionen und hier ein video über den 60 liter also der wemo 66 n und ich wünsche euch einen schönen tag